Hi, ich bin Philipp und ich bin Azubi bei RV Technik. Wir sind ein familiäres und innovatives Unternehmen mit hochmodernen Medien und richtig kreativer Arbeit. Ich kann hier im Team arbeiten und habe echte Entwicklungs- und Aufstiegschancen. Ich erlebe viel Neues und wir verstehen uns alle gut, deshalb komme ich jeden Tag gerne zur Arbeit. Ey, ich meine es ernst, ich habe hier wirklich einen Job mit Zukunft, nicht nur irgendwas mit Medien. Cool, oder? Dann komm zu uns!